Hi Leute und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir versuchen jetzt nochmal den Wookiee Anführer zu finden, der uns vielleicht einen Hinweis darauf geben kann, wo der eine Jedi Meister ist, dessen Spuren wir ja so ein bisschen verfolgen. Ja, ja, explodiert man da hinten. Und irgendwie habe ich gerade so ein Problem. Wir haben... ...der jetzt mehrmals geskillt, dass wir mehr Macht haben. Wir haben auch durch diese Machtessenz, die wir gefunden haben, mal mehr Macht bekommen und auch mal mehr Leben bekommen. Aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, als wenn man jetzt öfter diesen Machtstoß einsetzen kann. Ja, da trete ich bestimmt nicht drauf. Nein. Weg. Weg, habe ich gesagt. Weg, habe ich gesagt. Keine Ahnung. Möchtest du das scannen? Rachenpflanze. Okay. Hene, Mene, Mu. Okay, gehen wir da lang. Möchten wir wissen, was da passiert? Also, die schnappt auf jeden Fall zu. Ich hab ihn! Hm. Zielen und Feuer! Halt still! Ha! Block das mal! Als ob! Immer noch, aber soll ihn erledigen! Nicht nachlassen! Ganz allein! Ganz allein! Das kommt schon. Ja! Ja! Hä? Welche, die hier geht? Du bist unsere Zeit nicht wert! Was ist denn nun noch, Robert? Irgendwas findet man immer. Was sollte das denn noch mal? Ach, Pils, okay! Mh hm. Mh hm. es sah eben halt schon so aus als ob irgendwas einstürzt gleich nervt mich nicht ach so du kannst dich festhalten ja dann kriegst du die schnauze an alle rückzug wir geben euch deckung so ein ort schon mal gesehen ich auch nicht mal schauen ich dachte noch irgendwo versteckt das das sind kann man damit jumpen das sah auf jeden fall so aus dass man darauf jumpen könnte doch ja und los geht ja sehen wir es uns an ja 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 Das ist irgendwie hier. Das ist jetzt nicht, wie ich da rüberkomme. Kann der mich noch höher schießen? Ich würde mal sagen, nee. Hier war eben schon nichts, da ist der noch da drüben. Ja, das Spiel ist mir schon klar, dass ich da hin muss irgendwie. Wie? Aber wie? 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 Nein, lass mich in Ruhe. Da sollen wir Tafol treffen. Das ist Häuptling Tafol. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Zepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wäppel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. So kann ich tauchen. Nice. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das einzige was wir können. Weiter kämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Und der Wasser Atemgerät. Ich stehe jetzt hier so lange rum, bis ich weg bin, ja? Okay. Ja, ja. Aha. Wo müssen wir hin? Ach so. Ja. Völlig verständlich, hä? Hm. Hm, 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 hm. Hm. Hm? Er sagt uns da hinten unten. Oder wir können auch gleich hier unten. Aber hier gibt es auch Höhlen. Und hier gibt es Loot. Gibt es eine Anzeige, wie lange wir damit tauchen können? Ich scannte irgendwas. Du kannst unter Wasser nicht sprechen, Junge. Hier, ne? Ja. 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 Nicht mal Taful konnte sie ewig fernhalten. Ja. 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 Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin musste. muss ich hä darüber oder nicht ja ja runter 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 ihr bleibt hier hängen ma ja 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 ich ja 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 Ich empfange die Position des Wookie-Generals. Vorrücken. Kann ich hier? Nein. Ich bin hier. Oh, okay. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tafel bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Habe ich sie schon wieder gefährdet? Okay, hier scheint wieder nichts zu sein. Hi. Hi. Wie kann ein Ziel ein ganzes Syndikat von Kopfgeldjägern aus? Augen, er ist hier. Informiere die Inquisitorin. Ich mache nichts, er geht von alleine. Was ist das? Eine Bracker-Schrottrate spielt Jedi. Ich habe den großen Inquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Ich war doch gerade jetzt oben. Da, warum kann ich so nicht normal springen, hä? Mit Grenz-Toma? Fert halten! Okay, da musste ich gar nichts zücken. Das ging alles von alleine. Das ging alles von alleine. Nein, echt? Kann ich einfach anhalten? Kann ich einfach anhalten? Und ich sage euch, nach dem ganzen Matschgerutsche sind die kleine Motte immer noch top aus. Ich gehe mal ins Wasser runter, bevor mich irgendein Drachenvieh angreift. Ich würde mal sagen über den Blut, ne? Was ist das, BD? Was ist das, BD? Ja, immer in Richtung Blut ist gut. Ja, schon weiter. Danke. Ähm, guten Tag. Ich muss auch was gucken. Ne, haben wir noch nicht. Komm doch. Okay. Ein bisschen haben wir noch. Können wir noch gucken, was hier so geht. Riesenkäfer? Ja, ja. Riesenkäfer mag ich. Ah, das geht, ne? Hey du. Magstest du mal runter? Komm, spielen. Hi. Hey, du sollst ihn nicht töten, du sollst ihn runterschmeißen. Gut, du sollst ihn. ja die flora und fauna ausgelöscht man darf die nicht zu lange in der hand behalten sonst macht er den schwertschlag willst du nachsehen was hast du da ich denke gris wird ihn mögen ich hoffe nur er wird nicht zu groß gehen wir ich weiß noch nicht wo er hin will willst du hin oder kann man auch von oben hier runter da hin ja da willst du hin diesen sturmtruppler hat eine kreatur hergezerrt ganz schön unheimlich bd hingefallen au lass das ach nee lass das nicht ich komme mal gleich hin vielleicht da hinten noch rum da vielleicht draufhüpfen dann hoch ja wenn wir gucken im nächsten part dann machen wir im nächsten part weiter ciao leute geht 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 Vielen Dank.